So, jetzt habe ich mich aber lang genug vor diesem Level versteckt. Diesmal gehe ich es an und diesmal schaffe ich das. Ich lasse mich doch nicht einschüchtern, nur weil da so eine komische, hässliche Mumie hinter mir rennt. Los! Nochmal ein paar 1ups von den Amiibos holen, damit wir auch ja gewappnet sind. 1up für Mario. Das klingt jetzt so, 1 für Luigi, so wie wenn man ein Baby füttert. 1 für Peach. Obwohl es hieß ja eher 1 von Peach. Okay. Oh, diesmal gibt Yoshi nur 1. Okay, Kirby. Motsen wir uns nochmal richtig auf für diesen Kampf. Oh, diesmal gibt Kirby 2. Bowser. Der gibt 1. König Dididi. Der gibt auch 1. Ja, diesmal motsen wir uns voll auf. Meta Knight. Kirby ist jetzt Amiibo Kirby. Oh, der gibt auch 2. Und jetzt den Neuzugang Mario noch einmal. Okidoki. Jetzt müssten wir für diesen Level gewappnet sein. Los, jetzt gehen wir rein. Jetzt schaffen wir diesen blöden Bi-Bi-Bi-Level. Ja, das ist ja immer, wenn man Schimpfwörter sagt. Okidoki. Und mal wieder ist die Aufgabe Münzen sammeln. Okay. Oh, ich habe jetzt den falschen Knopf zum Rennen gedrückt. Wieso kann ich die Szene nicht überspringen? Scheinbar, wenn man das, wenn man den Level das erste Mal spielt, kann man diese Szene nicht überspringen. Ok. Wo? Ah, Mist. Das ist schon mal nicht gut. Das ist gar nicht gut. Oh, mein Gott. Wo? Oh. Boah. Mist, dieser Level, der ist schwer. Der ist super schwer. Okidoki. Kann ich jetzt dies? Ja, diesmal kann ich die Szene überspringen. Scheinbar kann man die nur beim ersten Mal nicht überspringen. Das dachte ich mir eigentlich ey. Boah, der Level hier ist echt knifflig. Ok. Hopse, hopse. So. Jetzt immer in Sicherheit. Zumindest fürs Erste. Die Munie macht's halt schon schwer. Die macht's voll schwer. Ok. Gummi, 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 ja. Los, los, los. Rauf, 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 rauf. Die Mumie, die ist schon extremst nervig sogar. Nicht nur ein bisschen nervig, sondern extremst nervig. Oh, Mist, 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 das, das knapp. Der ist konzert, aber ich habe die Münzen ja vorher vergessen. Die Münzen hier hinten. Eigentlich bin ich jetzt sogar froh, dass ich es nicht geschafft habe, auch am Heap. Sonst hätte ich jetzt die Münzbonusaufgabe nicht geschafft, weil ich die hinten ja vergessen hatte. Okidoki. Gmi, 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 gmi geben. Oh, okay, da ist zum Glück nichts. Gmi, 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 gmi geben. Aber da oben ist ja eh ein Pilz bei diesem Rupfrettich. Oder was das auch sein soll. Zuckerrübe. Naja, seit wann wachsen Pilze eigentlich so? Blöde, blöde, blöde Mumie. Die Mumie ist schon... Jetzt weiß ich auch, warum ich mich so lange vor diesem Level versteckt habe. Dieser Level, der ist schon extremst nervig. Sogar nicht nur ein kleines bisschen nervig, sondern extremst nervig. Dieser Level, der hat doch tatsächlich... Das ist gewisse etwas, was mich langsam aber sicher zum Aufregen bringt. Upsa. So. Wow, das war jetzt knapp. Aber es ist wurscht, ich habe es geschafft. Okay. Moment mal. Hupsa. Hupsa. So. So, 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 so. Wieso? Wieso rutsche ich da immer so schnell runter? Ich habe da nur ein kleines bisschen jetzt gemacht. Oh mein Gott, dieser Level, der regt mich auf. Sehr regt er mich sogar auf. Sehr, 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 sehr. Und, naja, die blöde Mumie, kann ich die vielleicht mit dem Stift festhalten? Nein, nein, das ist doch, ich glaube, das geht nicht. Ich habe ja auch probiert, Radon und Wingo mal festzuhalten mit dem Stift. Das geht einfach nicht. So. Okay. Okay, ich habe keine Münze verpasst. Okay, klitten, 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 klitten. Mist, 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 Mist. Okay, okay, das hätte ich mal. Jetzt bin ich zwar leider wieder klein, aber es ist besser als nichts. Oh mein Gott, dieser Level, der ist furchtbar. Ne, wirklich, der Level. Als ob der Kampf alleine nicht schon schwer ist, aber jetzt auch noch mit Mumie, das macht es ja fast unmöglich. Super Mario Bros. The Lost Levels, sperren sie extra in Europa und Amerika, aber den Schatz hier lassen sie drinnen. Ja, da gibt es jetzt eine Geschichte von Super Mario Bros. The Lost Levels, dass das deswegen in Europa und Amerika nie als Kassette erschienen ist, weil es zu schwer war für die süßen kleinen Kinderchen. Okay, jetzt bin ich schon wieder klein, aber diesmal schaffe ich das. Komm, 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 komm Ha, Blas, endlich mal. Ja, so. Moment mal, dieser Level ist doch jetzt anders. Kommt mir das nur so vor? Oder ist dieser Level jetzt etwas anders aufgebaut? So weit bin ich gekommen. So weit und doch so fern. Ich muss versuchen, den Pilz bei dieser Stange da. Oder bei der Leiter oder was auch sein mag. Ich muss versuchen, den Pilz zu behalten. Ja, das muss ich versuchen. Dann hätte ich Chancen. Mist. Mist, 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 Mist. Gott, das ist schwer. Gott, dieser Level, der ist voll schwer. Okay. Moment, so. Ach so, wenn ich den Y gedrückt halte, dann schieße ich so schnell nach unten bei der Leiter. Ach, jetzt habe ich das verstanden. Boah, diesmal sieht es gut aus. Ich habe den Pilz noch. So. Und weiter. Nein, das konnte es nicht sein. Jetzt bin ich da tatsächlich runtergeplumpst. Runter geplumpst. Ah, der hat mich jetzt nicht berührt. Der hat mich jetzt nicht berührt. Ich probiere jetzt echt so lange, bis ich das geschafft habe. Und mit Münzen. Wie bereits gesagt, von so einer Mumie lasse ich mich nicht einschüchtern. Mumien gibt es ja gar nicht. Es ist bestimmt nur irgendeiner von Bowsers. Vielleicht ist es ein Deserteur aus der Tott. Aus Tott Town. Der für Bowser jetzt dient. Oder für Bingo. Oder wer auch immer da jetzt der Böse ist. Boah, das war knapp. Rauf damit. Rauf damit. Halt. Mist. Ja, Tatsache. Wenn ich den Y-Knopf nicht gedrückt halte, dann... Dann ist das Klettern hier leicht. Wie die Mumie da einfach in der Luft hängt. Lustig, lustig, lustig. Lustig, lustig. Aber es ist doch noch gar nicht Nikolaus. Wieso singe ich das dann? Ja, im Nikolaus-Lied. Ach, das mag ich, das Nikolaus-Lied. Da ist ja auch so eine Strophe drinnen. Wow. Komm schon, diesmal schaffe ich das. Diesmal schaffe ich es. Hm. Hm. Wie hätte ich denn das jetzt machen sollen? Oh, Moment, habe ich es jetzt nicht... Ja, jetzt habe ich es geschafft. Na bitte. Aber die Frage ist, habe ich genug Münzen? Mir kam so vor, als wäre da irgendwo noch ein Versteck gewesen. Na ja, jedenfalls, jetzt haben wir Tragarton zum vierten Mal besiegt. N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n. Wir da jetzt nicht... Oh, n-n-n-n-n. Jetzt wird seine Beule noch größer. Obwohl, ich glaube, beim dritten Mal... was nein 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 ich wollte mich nur umschauen ob da noch irgendwo ein versteck war des konsern netz sein des konzerts aber wirklich netz sein nein ich weine jetzt nicht aber ich würde gerne aber das ist ja unprofessionell das ist fies gewesen gerade sehr fies sogar aber mir kommt es noch so vor es wäre irgendwo was gewesen ein versteck okay diesmal krieg ich noch mehr müh diesmal habe ich leider keinen pilz mehr aber ist mir egal hauptsache ich komme irgendwie durch das war vorher echt knapp echt knapp das war gemein das war gemein blöde blöde verdammte mumie der super mario bros the lost levels nehmen sie komplett weg aber den einen level hier nicht regt mich echt auf wo das war knapp aber ich bin durchgekommen das hat wurde mir die der pool hier zu suchen oh mein gott der kann mich da treffen ein glück okay moment das sagt aus der hd perspektive so aus als hätte todette einen diamanten oder einen smaragd auf ihrer lampe oben sagt dazu aus mist 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 jetzt bin ich nicht mehr groß aber ich schaffe das auch so sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut kommen das schaffe ich das schaffe ich jetzt noch abwarten den fehler von vorher marie nicht noch einmal wie soll das gehen entweder ich werde erwischt oder ich aber das war jetzt unfair das war jetzt unfair kommt bitte ich will diesen verdammten level schaffen bitte 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 ich will es schaffen bitte lieber gott lass mich diesen blöden level schaffen das war aber vorher echt gemein das war vorher fies das war vorher echt echt fies die münzen die man für die münzen die man für den den pilz krieg die zählen doch nicht oder die die dürfen gar nicht zählen denn schlechte spieler würden das den level ja ohne die münzen vom pilz ja sonst gar nicht schaffen ja 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 okie dokie diesmal schaffe ich diesmal schaff ich diesmal schaffe ich dieses mal schaffe ich komm bitte 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 ich will das jetzt schaffen oh mein gott das ist schwer oh mein gott das ist schwer oh mein gott das ist voll schwer jetzt kann ich durch starten das wie habe ich das vorher gemacht na klar ich bin einfach mit dem mit dem mit dem dings durch startet kommt bitte 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 lieber gott lasst mich diesen versuch schaffen da waren münzen noch habe ich jetzt ganz vergessen habe ich nicht vergessen aber ich habe sie übersehen okay 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 ich bin durch das ist schwer kommen diesen mal schaffe ich diesmal schaffe ich diesmal schaffe ich es kommt bitte 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 was mache ich jetzt ich verrücktes huhn wo oh ja jetzt habe ich auch noch die münzen vom pilz sehr gut sehr gut sehr gut oh mein gott jetzt bin ich schon wieder klein nur weil ich jetzt vergessen habe weiter zu klettern komm bitte 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 war hier nicht irgendwo noch so ein versteck nein komm 177 münzen das muss jetzt reichen und dieses mal mache ich diesen blöden fehler nicht normal diesmal wenn ich geradewegs in den stern rein kommt bitte das müssen jetzt genug münzen sein da gab es nirgends mehr welche oh komm bitte 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 ja 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 ich habe es geschafft die frage ist habe ich die bonusaufgabe noch geschafft komm ja 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 bonusaufgabe auch geschafft endlich halleluja 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 boah na endlich ich habe diesen blöden mumienschanz level geschafft ich sehe die nächste ist eine kapitelseite das heißt diese blöde diese blöden mumienschanz level haben wir jetzt durch boah ein glück boah bis zum nächsten part tschüss bis zum nächsten part two bis zum nächsten part